Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch. Mittlerweile wieder etwas genesen zu einer weiteren Folge von MeinVlog. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass in Südfrankreich ein Airbus von Germanwings abgestürzt ist. Dazu habe ich euch mal einen kurzen Text von Zeit.de rausgesucht. Quelle ist in der Videobeschreibung. 150 Menschen an Bord des Germanwingsflugs 409525 sind bei einem Absturz in den französischen Alpen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind etliche Schüler aus NRW. So, das ist ja jetzt schon mal schlimm genug. Ja, ich will direkt zum Punkt kommen, warum ich jetzt das genau in dem Video erzähle. Erstmal wurde sich gewünscht, dass ich darüber rede. Was soll ich groß dazu sagen? Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Es sind etliche Unschuldige dabei umgekommen. Und es ist natürlich tragisch. Aber man sagt natürlich, das ist mir bei KuchenTV auf Facebook jetzt aufgefallen, ja, da sind 150 Menschen umgekommen, aber jeden Tag sterben so und so viele Leute an Hunger und was weiß ich. Aber, naja, für mich ist das nicht so unbedingt dieselbe Sache, weil ich komme jetzt einfach mal direkt zum Punkt. Ich habe euch ja gesagt, ich will zu Holly fliegen, in die Schweiz. So, und, naja, das wollte ich im April machen. Jetzt dürft ihr dreimal raten, mit welcher Airline ich fliege. Ja, Germanwings. So, und das ist jetzt natürlich, man denkt sich so, hm, okay, ist ja schon mal Germanwings, das ist ja schon mal scheiße, ne. Aber wenn man dann noch liest, Leute aus NRW, dann wird es natürlich noch ein Stück besser. Und wenn man dann nochmal hört, Alpen, okay, das waren die Französischen, aber hey, ich will in die Schweiz, von daher ist ja ungefähr dieselbe Ecke, ne. Kriegt man dann schon ein kleines bisschen Angst. Und das ist irgendwie ein bisschen doof, ne. Aber das heißt nicht, dass ich, ähm, nicht trotzdem fliegen möchte. Das ist nur so eine Sorge von mir, die ich dann natürlich jetzt habe. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt geht. Ja. Ich wollte noch ein bisschen was loswerden. Moment, Entschuldigung, ich muss mich mal eben kratzen. Das liegt hier nämlich schon seit einem Monat oder länger in der Schublade. Das sind zwei Sachen, die ich kurz mal ansprechen wollte. Und zwar, ähm, kann ich mich noch an einen Fall erinnern, als, ähm, ohne Scheiß, der Dozent hat da irgendwie überhaupt nicht drauf reagiert, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber da hatte meine Schülerin zu einem Dozenten gesagt, da kann ich mich genau dran erinnern. Ich fand das so genial, dass ich es mir direkt aufschreiben musste, weil ich es in einem Video sagen wollte. Da hat sie einfach gesagt, wo ist ihr Scheiß-Problem, Alter? Ja, hat die tatsächlich gesagt und jetzt kann ich es endlich mal zerreißen. Ne, aber ich meine, wie asozial ist das denn? Das geht ja gar nicht. Also, ich meine, der hat da nicht mal irgendwie drauf reagiert. Ich weiß nicht mal mehr, wer das war. Das ist zu lange her, aber, ich meine, überlegt mal. So, und dann wollte ich eigentlich noch einen letzten Talk über das Losverfahren machen, was ich mir so überlegt hatte, was Schule und Studium angeht. Das ist einfach wie beim Führerschein, sagen wir mal, dann so ist, wenn du es geschafft hast und bestanden hast, dann hast du bestanden. Da wird dann nicht nach Noten sortiert, weil ich finde sowieso, du kannst Menschen nicht nach Noten sortieren. Das geht einfach gar nicht. Das ist für mich unmenschlich und alles andere als erstrebenswert, da wirklich weit oben zu stehen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin auch ein großer Bildungskritiker. Später werdet ihr auch, also gleich wahrscheinlich, werdet ihr auch noch einen Kommentar vorgelesen bekommen zu einem Part von, warum Schule scheiße ist. Da kommen wir gleich dann noch zu. Ja, das wäre es dann soweit. Das wollte ich euch auch noch sagen und dass ich sehr, sehr große Angst habe, so ein bisschen jetzt zu fliegen, weil normalerweise hatte ich ja als Kind immer Flugangst, aber das hat sich dann, wann war das, mit zwölf oder so, hat sich das dann wiederum gelegt. Und dann hat mir der Flug immer Spaß gemacht und es war lustig, wenn der Flieger abgehoben ist, aber jetzt, wenn man so hört, ja, das kann jedem passieren und gerade Leuten aus NRW und dann gerade die Fluglinie, die du hast, dann hat man das schon ein bisschen Bedenken. Aber, hey, ich mache das gerne und ich möchte zu Holly und es ist mir so unglaublich wichtig, also ich würde mich da auch nicht von abbringen lassen, zumal es ja auch alles schon in die Wege geleitet ist und ich jegliche Stornierungsmöglichkeiten ausgelassen habe, weil das richtig teuer geworden wäre. Und dieses Geld hätte ich dann nicht gehabt, also der Flug an sich und das Ganze mit Unterkunft und so, das ist schon teuer genug und ich könnte das anders nicht bezahlen und deswegen musste ich Stornierungsmöglichkeiten und alles leider erstmal fallen lassen. Das heißt, ich werde es so oder so wahrnehmen. Ich kann es natürlich immer noch sein lassen zu fliegen, aber ich werde da hinfliegen, das ist mir wichtig und ganz ehrlich, das wäre doch jetzt mehr als dumm, dann nicht hinzufliegen. Ja, was mich so ein bisschen schockiert hat und was mir den Wind aus den Segeln genommen hat, die Schweizer Franken, die sind ja, sagen wir mal, in gewisser Weise ungefähr so viel wert wie der Euro, das, ich glaube momentan, kannst du ungefähr so vergleichen, wenn du 15 Euro ausgibst, dann, nee, Moment, wenn du 15 Franken ausgibst, dann bezahlst du 14 Euro sozusagen. So, und jetzt ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht, weil ich habe Holly jetzt einfach mal aus Spaß gefragt, weil wir waren organisatorisch noch gestern ein bisschen, waren ja auch im Stream. Da wollte ich euch, Entschuldigung, da wollte ich euch auch nochmal kurz was sagen. Einmal war ich gestern beim Nick in einem Stream, in einem Asperger Talk mit Holly zusammen auch, haben wir dann richtig die, Entschuldigt, haben wir dann richtig die Themen angesprochen. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung unter Nick sozusagen und ich war noch bei einer Creepypasta dabei, die richtig nice war von Ali, von einem Kollegen von mir. Könnt ihr euch auch angucken in der Videobeschreibung unter Ali zu finden. Einfach nur draufklicken, ja, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, da bin ich auf jeden Fall dabei gewesen und ja, ich bringe ja momentan sowieso wenig und dann könnt ihr euch zumindest das anschauen, wenn ihr Bock habt. Da bin ich jetzt mal eine Stunde und nochmal 30 Minuten extra, die wir dann noch draufgelegt haben, dabei gewesen. Das war richtig nice gestern, hat Spaß gemacht, uns allen natürlich und ja, es waren ein paar brisante Themen dabei, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Ihr kennt ja Nick sowieso, also Herr Frankfurt 14 kennt ihr ja immer besser und wo wir momentan stehen, das wollte ich auch noch sagen, wir stehen momentan, das hat mich richtig überrascht, wir stehen momentan bei 994 Abonnenten. Das heißt, es fehlen noch 6 Abonnenten bis zu den 1000 und glaubt mir, ich bin gerade auf Hochtouren am Kochen, ich weiß gar nicht, was ich als 1000 Abospecial machen soll. Und ich finde das so unglaublich geil, dass wir da jetzt endlich in die Richtung gehen und ich bin auch so stolz auf euch, dass ihr das gemeinsam durchgezogen habt mit mir, also dass ihr immer noch hier seid. Und dass auch so viele Leute immer noch zuschauen, das ist irgendwie, obwohl immer dasselbe passiert, aber das ist einfach der Hammer und hey, das macht mich glücklich und ich wollte euch dafür einfach mal danken. Und zumal man sagt ja immer YouTube, das ist ja, die Leute sind in gewisser Weise nicht wirkliche Freunde, aber Leute, ich habe gesehen, wirkliche Freunde, die können euch so in den Rücken fallen, das glaubt ihr gar nicht. Und ich rede jetzt nicht mal von unmittelbar jetzt oder so oder unmittelbare Zeit, ich rede über mein ganzes Leben jetzt und das, was ich erlebt habe. Und ich sage mal so, die meisten von euch kann ich eher als Freunde bezeichnen, als die meisten, die ich auf Facebook habe und das ist irgendwie schon traurig. Aber was soll's, deswegen nehme ich eigentlich auch, falls irgendwer anfragt, grundsätzlich die Leute auf Facebook an, aber das muss man auch erstmal irgendwie finden, zumal die Freundesliste mittlerweile auf Privat gestellt ist und somit ist es nicht mehr unbedingt so leicht, mich da zu finden. Und ja, man kann, also wenn ich mit jemandem Kontakt habe, dann ist es auch kein Problem, die Person anzunehmen. Und ich muss auch ehrlich sein, ich habe irgendwann mal an einem Tag, als ich total geknickt war, da dachte ich, hey, gib jedem irgendwie deine Handynummer, der sie haben wollte. Das mache ich jetzt natürlich nicht mehr, aber dann habe ich zum Beispiel der Holly, habe ich dann, als wir uns mal unterhalten haben irgendwie oder geschrieben hatten, dann habe ich ihr einfach mal meine Handynummer gegeben. Hey, willst du meine Handynummer haben? Und sie sind so, ja, warum eigentlich nicht? Und hey, ich meine, wo stehen wir denn gerade? Wir verbringen jeden Tag miteinander, es ist wunderschön. Und ich meine, es hat sich gelohnt, versteht ihr? Und alles nur, weil sie sich mal getraut hat, einen Kommentar zu schreiben. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie nice, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, wenn ich das jetzt alles nicht gehabt hätte, dann würden gar keine Videos mehr kommen ohne Holly. Wenn ich sie nicht gehabt hätte zum Reden, würde ich jetzt total unmotiviert sein, würde geknickt durchs Leben gehen und ich würde gar keine Videos mehr bringen. Also ihr könnt ihr dafür mal danken, wenn ihr sie mal irgendwo erwischt. Dankt ihr auf jeden Fall, dass es überhaupt noch weitergeht mit Videos, weil sonst wäre ja nicht mehr viel gewesen. Und ich plane jetzt auch im April ein bisschen mehr zu bringen, außer die Reise jetzt natürlich. Davon werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was bringen, muss ich mit ihr absprechen, was da so machbar ist. Jetzt werden wir auf jeden Fall gemeinsam drüber nachdenken. Auf jeden Fall wollte ich das mit German Wings nochmal sagen, dass ich da halt ein bisschen Schiss habe mittlerweile. Aber das könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch verstehen. Also versetzt euch mal in die Lage dann, ja. So, jetzt kommen wir zu euren Kommentaren. Zu dem anderen, warum ich den Glauben an die Menschheit verliere und einer anderen Sache, die wiederum gut ist. Kommen wir dann im nächsten Video. So, TheNoscope420$, Moment, einmal kurz was trinken. Schreibt unter, wieso Schule scheiße ist, Part 7. Bei mir ist es ja immer nur gleich. Das Einzige, was Lehrer bei mir machen, sind immer in Büchern rumschlagen, alles diskutieren, was gegen das System gesagt wird und total ironische Lügen zu erzählen und Zettel auszuteilen. Ich habe meine Lehrerin gefragt, wie ich ein sich bewegendes Objekt vom Gewicht her berechne und sie meinte, wenn es steht. Obwohl das falsch ist und das von einer Mathelehrerin. Ich bin 14 und ich weiß, dass bewegende Objekte durch den Geschwindigkeitsschub mit kinetischer Energie aufgeladen sind, was das Objekt bei Bewegung schneller macht. Entschuldigung, da haben ein paar Wörter gefehlt, die muss ich einfügen. Und dann fragen mich Lehrer, was ich an der Schule falsch sehe. Pah, nice Video übrigens. Dankeschön, das hat mich richtig gefreut, zumal du auch mir nochmal einen Anreiz gegeben hast, vielleicht diese Serie irgendwann mal weiterzumachen. Also wenn ich die richtigen Leute habe, hey, wieso Schule scheiße ist. Ich meine, darüber kann man 100 Folgen machen und wir haben erst 9. Ich meine, das ist ja schon abendsinnig, ne? So, Matthias, ich hoffe, dass ich den Kommentar nicht schon, ne, den hatte ich nicht schon letztes Mal. Vor allen Dingen das mit der kinetischen Energie, daran kann ich mich gar nicht erinnern. So, mein Vlog44 kommentiert von Matthias Bujocek. Wenn BO3 dieses Jahr kommt, wirst du es dann kaufen? Wenn ja, let's play das bitte. Ich bin so ein Fan von der Black Ops Reihe. Und hoffe, dass es besser wird als AW und Ghost. Sie sollen was anderes machen, was aber noch COD ist und zu der Black Ops Reihe passt. Entschuldigung. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Da möchte ich durchaus ein Let's Play machen. Sehr, sehr gerne. Was den Zombie-Modus angeht, wenn er wiederkommt, auf jeden Fall. Ich überlege sowieso, ob mal irgendwann wieder was mit Zombies kommen soll. So ein etwas längeres Video, aber momentan ist da irgendwie, also so Let's Play-technisch, bin ich da irgendwie überhaupt nicht so der Befugte und ich habe da auch gar nicht so die Lust drauf, das zu machen. Schamanqueen schreibt unter Creeps Part 20. Ich höre mich immer noch ein bisschen krank an, ich weiß, tut mir auch leid. Wunderbar creepy, mein Großer. Ja, dankeschön. Möchte auch gerne. Bald kommen vielleicht noch ein paar Folgen. Ich weiß aber noch nicht wann, wenn die Stimme wieder in Ordnung ist. So, Hamitarzan schreibt unter MeinVlog44. Hey Ketter, ich finde es richtig beeindruckend, dass du so offen über deine Gefühle reden kannst. Meinen großen Respekt, mach weiter so, ich freue mich über jedes Video. Ja, da danke ich dir auf jeden Fall, dass du dich darüber freuen kannst. Das kann leider nicht jeder, aber für mich ist es, um ehrlich zu sein, für mich ist es mittlerweile ganz normal geworden, weil es gibt so viele Leute im echten Leben, die mir einfach nicht richtig zuhören und die Leute auf YouTube kriegen das komischerweise hin. Ich meine jetzt nicht im schlechten Sinne komischerweise, aber ich freue mich so richtig, dass ihr mich einfach öfters mal verstehen könnt oder dass ihr mir zuhört. Ich mache daraus Unterhaltung und das ist mir wichtig. Ich erzähle einfach, wie scheiße mein Leben an manchen Stellen ist und warum nicht? So kann ich es verarbeiten und so gefällt es mir am meisten. Und anscheinend kommt es ja auch ganz gut an. So, Chris Zocker schreibt unter MeinVlog, also ich bin gerührt dadurch durch den Kommentar, dankeschön. MeinVlog43 wird kommentiert von Chris Zocker. Kam ich im 39. Teil vor? Wenn ja, würde ich es gerne sehen. Nein, Brudi, du kamst nicht im 39. Teil vor, aber den musste ich sowieso auf nicht gelistet stellen. Den könnt ihr euch, wenn ihr wollt, in einer Playlist anschauen, aber öffentlich werde ich den auf jeden Fall nicht mehr stellen. Also wer den noch nicht gesehen hat, den 39. nur zu, ab in die Playlist und schaut euch den mal an. Sind sehr viele rührende Worte bei. Es lohnt sich, den anzuschauen. Also wenn ihr dieses Emotionale mögt und sagen wir mal in gewisser Weise, da habe ich sehr viel, sagen wir mal für Holly so auch gesagt und wie toll ich sie finde. Und habe im Grunde ihr so ein ganzes 40 Minuten Video gewidmet, also so einen richtigen Vlog. Habe nochmal gezeigt am Ende, was wir in Minecraft gebaut haben. Wenn ihr euch das anschauen mögt, dann, ich glaube die meisten haben das eh schon gesehen, aber schaut in die Playlist, dann könnt ihr es euch angucken. Johannes Fricke schreibt unter MeinVlog44. Bei 32, 2 meintest du da nicht eher Lobbyisten? Was du ansonsten geschildert hast, kenne ich selber nur zu gut. Das habe ich mir angeschaut mittlerweile. Ich weiß, welche Stelle du meinst. Ich habe gesagt, die Politiker, die es ja immer besser haben als alle. Und ja, ich meinte Lobbyisten, aber das war, wie du schon so schön geschrieben hast, nach 32 Minuten. Und setzt du dich 32 Minuten vor die Kamera und mach nicht einen Fehler. Nein, ist nicht böse gemeint, das hatten wir ja schon abgeklärt. Das ist einfach doof gelaufen. Ich wollte natürlich Lobbyisten sagen und ich habe auch Hass gegen Lobbyisten. Und gerade deswegen fühle ich mich auch in Deutschland nicht mehr wirklich zu Hause, weswegen ich irgendwann mal weg möchte. Aber das ist so ein kleiner Wunsch, den werde ich mir irgendwann mal erfüllen. Ich weiß halt nicht wie, aber mein Ziel, um ehrlich zu sein, das hat jetzt nichts mit Holly zu tun. Keine Sorge. Es ist zwar ein schöner Nebeneffekt davon, dass man sich dann richtig oft sieht, aber was ich damit meine ist einfach, ich will in die Schweiz. Weil da ist es einfach richtig schön. Und dann sagen Leute, ja Volksabstimmung hin oder her, du hast ja sowieso kein Stimmrecht. Darum geht es mir gar nicht. Ich will gar nicht mitbestimmen. Weil im Grunde hier in Deutschland hast du zwar ein Mitbestimmungsrecht, aber du kannst im Grunde nicht wählen, was die Leute machen. Wir hatten nie eine Möglichkeit zu sagen, wir wollen die Markt behalten und nicht den scheiß Euro. Aber das haben die Politiker für uns entschieden, die wir gewählt haben. Dabei wollten die meisten Deutschen, soweit ich das weiß, den Euro gar nicht. Sehr viele, die ich kenne, jedenfalls nicht. Es gibt keinen, der den Euro wirklich klasse findet. Und naja, gerade die kleinen Bürger, also was heißt kleinen Bürger, gerade die Durchschnittsbürger, betrifft sowas ja. Nicht die Lobbyisten, aber die Durchschnittsbürger, wenn eine Währungswechsel stattfindet. Und ja, der Euro ist natürlich in diesem Maße scheiße. Und die Schweiz, die haben eine Volksabstimmung bekommen, die wollten die Franken behalten, haben sie also behalten. Und den Euro gab es dann dann einfach nicht. Genau wie der Eintritt in die EU haben die sich auch gegen entschieden. Entschuldigung, es ist irgendwie... Ich muss euch gleich eh noch was erzählen, aber ich komme da gleich noch zu. Also das mit den Lobbyisten, ja. Ich habe Hass gegen Lobbyisten, Hass gegen die Leute teilweise, die du hier in Deutschland triffst im Alltag. Also richtig asoziale Leute. Und ich kann das einfach nicht mehr sehen, deswegen möchte ich mich hier irgendwann mal vom Acker machen. Und ich fühle mich hier in Deutschland nicht mehr zu Hause. Nicht mehr wirklich... Das ist wie auf YouTube, sagen wir mal. Also durch... Nicht durch euch, sondern durch das Content-ID-System wie Let's Fail It One, das ja schon so schön gesagt hat. Mal... Man fühlt sich irgendwann einfach nicht mehr zu Hause da, wo man eigentlich sich wohlfühlen sollte. Und irgendwann will man einfach woanders hin, wo es besser ist. Und naja... Nicht auf YouTube bezogen, aber auf Deutschland zumindest. Und ich möchte hier irgendwann weg und fühle mich einfach nicht mehr zu Hause. So. Ähm, Schattenzirkus schreibt, unter was nicht gesendet wurde, 10. Äh, Part 10. Ich bleibe lieber bei Hunden. Katzen sind so komische Fussel-Ninjas. Ja, das stimmt. Ich habe auch ständig Fusseln an den Klamotten, aber... Oh, das ist so schön, ey. Ich habe mal mit Holly drüber gesprochen. Ich rede auch nur noch von Holly, ihr merkt es. Also deswegen wollte ich auch nicht mehr so viele Videos machen. Ich rede nur noch von ihr, weil ich so begeistert bin einfach. Und guckt mal, also ich habe ja normalerweise immer so ein kleines Rohr in die Außenwelt gehabt. Weil im Grunde, selbst meine Eltern, die sind wirklich lieb. Das sind die tollsten Eltern, die ihr euch vorstellen könnt. Da muss ich echt mal sagen, meine Eltern, da können sich andere echt ein Beispiel dran nehmen. Ähm, und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich rumschleimen will, sondern weil ich einfach, weil ich sehe, wie die sich da für mich einsetzen und sich um mich kümmern immer noch. Ähm, aber was Eltern angeht, sagen wir mal so, die können mich auch nicht auf jeder Ebene verstehen. Zumal, das wollte ich auch mal ansprechen. Na, wir sind erst bei 17 Minuten, das geht noch. Ähm, wöw, 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 genau. Noch mal kurz zu Holly, also zu der Sache mit Katzen und Hunden. Sie hat halt gesagt, ähm, also beziehungsweise ich habe gesagt, oh Mann ey, dann werde ich da ankommen am Flughafen, ne, mit dem Flieger. Und dann, äh, wenn wir uns dann da sehen, dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Katzenhaare an den Klamotten haben. Und sie meinte, so ist doch nicht schlimm, habe ich wahrscheinlich auch. Und auch, ich bin einfach so gerührt gewesen, weil sie hat halt auch Katzen. Und das ist, Katzen sind echt die coolsten Tiere, die man haben kann, finde ich. Also, ähm, Hunde natürlich auch, aber mir sind Katzen dann doch irgendwie lieber, weil die kommen dann ständig so ein bisschen an, so ans Bett. Und, ja, das hatte ich heute bei meiner weißen Katze wieder. Die einfach so, hat dann so einen kleinen Sprung aufs Bett gewagt. Ich war noch am Pennen, hat mich dann so angeschmust und dann so, meau. Und, ja, und ich meine, das, das kannst du einfach nicht toppen, das machen Hunde jetzt nicht unbedingt. Die kommen zwar auch ab und zu mal angeschissen, aber, zumal ich jetzt hier im oberen Stockwerk wohne und, ähm, ja. Hunde kommen dann grundsätzlich nicht die Treppe hoch. Ich meine, was sollen die dann hier oben in den Flur kacken oder was? Ähm, ja, sorry. Okay, an alle, die jetzt gerade am Essen sind, ihr solltet sowieso wahrscheinlich gleich erstmal die Gabel weglegen, falls ihr gerade irgendwas am Naschen seid, weil ich euch noch was anderes erzählen wollte. So, ähm, Schattenzirkus schreibt dann auch noch unter Let's Talk Amokläufe, wow, das war echt bewegend. Ich war bis zum Ende gefesselt. Das ist doch nice, zumal das Video irgendwie nur 5 Minuten ging, aber hey, ist doch egal. Was nicht gesendet wurde, Part 10, wird kommentiert von Atakan Kuchaman. Mein Wunsch hat sich erfüllt, 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 genau. Ja, das mit den Katzen war offensichtlicherweise gemeint. Das habe ich doch liebend gern gemacht. Ich hole die aber gerne so nochmal in eine Folge von meinem Vlog rein, wenn es sich mal ergeben sollte. Mh, das mache ich doch liebend gerne. Und, ähm, ich wusste nicht mal mehr, wer sich das gewünscht hatte. Also, ich wusste nur, irgendwer hat sich das gewünscht und das mit den Katzen, hey, das habe ich dann gebracht. Und, mache ich doch liebend gern. Für meine Zuschauer mache ich doch irgendwie alles. Nicht unbedingt alles, aber für Holly zumindest. Ähm, Destroytronics schreibt unter meinem Vlog44, kannst du in einem anderen Video etwas über den Flugzeugabsturz sagen? Tut mir leid, kann ich wirklich nicht. Also, als würde ich darüber reden, über diesen German Wings Absturz. Also, ehrlich, Leute, nein. Jetzt zumal ich fliege ja selber, dann, ah, jetzt fange ich schon wieder an. Ach, schon wieder, ah, ah, ähm, nee, kann ich nicht drüber reden. Das ist mir zu brisant, das Thema und ich würde das nicht in einem Video anschneiden. Vor allen Dingen nicht am Anfang oder so. Ähm, daher leider nein, das tut mir jetzt auch wirklich leid. Aber, ist halt so gelaufen und, ja, ist doof gelaufen. Es tut mir leid. So, kommen wir mal zum Schluss. So, ich bin momentan krank geschrieben, das habe ich euch ja schon erzählt. Ich höre mich momentan auch nicht gesund an. Das Ganze hat mit Magen-Darm angefangen am Sonntag. Ich muss jetzt auch Tabletten nehmen. Also, das sollte ich jetzt vielleicht mal machen hier. Gut. Von den Dingern hier, das sind so schöne kleine, äh, das sind so, ich weiß nicht, das sind so, wie heißen die Scheißdinger? Äh, ich habe gerade keine Ahnung, ich muss davon mal jetzt was nehmen hier. So, und gut ist, ist runtergeschluckt. So, was ich euch einfach sagen wollte ist, Montag, hatte ich sagen immer in gewisser Weise, jetzt licht bitte das Essen weg, okay? Okay, bitte, wenn ihr jetzt bei dem Video esst oder irgendwas anderes macht oder sowas nicht hören könnt, ne? Bitte legt die Sachen zur Seite, okay? Gut. Ich habe euch vorgewarnt, mehr kann ich auch nicht tun. Montag ging es richtig los mit üblem Durchfall, sagen wir mal in gewisser Weise. Ständig musste ich aufs Klo rennen, es ging gar nicht anders. Und alle fünf Minuten ist es wieder durchgerutscht, sozusagen. Ich musste dann wieder ständig rennen und es war ein Albtraum und ich konnte, weiß Gott, nicht zur Berufsschule gehen an diesem Tag. Habe mich dann abgemeldet, war beim Arzt, sie hat mich dann erstmal eine Woche krank geschrieben. Ich dachte erstmal so, hm, utopisch, zwei Tage hätten auch gereicht, ne? Zumal ich hatte ja Magenschmerzen noch ein bisschen an dem Tag, noch Schwindelgefühle wegen dem Freitag. Das werde ich euch nächstes Mal aber erzählen. Ich werde allgemein mal zwei Vlogs nur darüber machen, warum ich langsam den Glauben an die Menschheit verliere. Ähm, aber das kommt dann noch. So, auf jeden Fall dachte ich mir so, hehehe, ist ja, also jetzt eine Woche krank feiern, ist ja gar nichts, ne? Da war scheiße gelaufen, ne? Dann hat die Ärztin wohl doch ein bisschen recht gehabt. Und ja, ich sag mal so, heute Morgen, es ist ja Mittwoch mittlerweile, gestern war nichts, da war ich auch nicht wirklich auf Klo. Heute Morgen hat es mich dann wieder eingeholt und es war nicht unbedingt schön. Das wollte ich euch mal erzählt haben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht angewidert oder so damit, aber Offenheit gegenüber euch, was, sagen wir mal, zum Beispiel Krankschreibung angeht oder so, ist mir das Wichtigste überhaupt. Und ich sag mal so, ich bin dann doch eher zu Recht krankgeschrieben, weil in dem Zustand, den ich dann heute Morgen wieder hatte, der dann wiedergekehrt ist, ohne Medikation vor allen Dingen, also ich habe jetzt mittlerweile auch wieder, habt ihr ja gesehen, die Medikamente genommen. Ohne Medikation wäre ich dann nicht wirklich weit gekommen sozusagen und das wäre auch irgendwie doof gewesen, dann da von 8 Uhr bis 16 Uhr 30 zu sitzen, zumal ich nicht wüsste, wann ich dann aufs Klo rennen muss. Und die Klos da sind schon widerlich genug und da traue ich mich so schon nicht drauf, also, dass ich mir das dann immer verkneife, pinkeln zu gehen. Dann den ganzen Tag, 8,5 Stunden lang, weil ich die Klos so eklig finde und dann da sich noch hinsetzen und dann, ne, das tut mir leid, aber ich kann mir das, weiß Gott, nicht vorstellen. Das wäre mir so ekelhaft gewesen und demnach bin ich froh, dass ich krankgeschrieben bin und das ist zu Recht auch, mittlerweile habe ich es auch mit dem Hals gekriegt, aber was soll's. Was ich noch sagen wollte, das einzige Problem, was man bei Eltern hat, egal, das habe ich gesehen, es gibt viele Leute so, also ich finde meine Eltern echt klasse, es gibt viele Leute, die haben klasse Eltern, sagen wir mal, aber das Problem bei den Eltern ist einfach, und das habe ich mittlerweile auch gemerkt, dass es ein Kollektiv ist, dass es öfters vorkommt, das Problem, was die meisten Leute mit ihren Eltern haben, ist einfach, eure Eltern kennen euch, das stimmt. Die kennen euch ziemlich gut, so, aber nur, weil sie euch kennen, meinen sie direkt, wenn ihr irgendeine Situation schildern wollt, dass sie genau wissen, was passiert ist. Blödsinn, aber lassen einen dann auch nie wirklich ausreden, weil die wissen eh schon wieder, wie man sich verhalten hat und das ist ja immer so in so einer Situation mit einem und deswegen sind Außenstehende die besseren Ansprechpartner, wenn mal irgendwie große Scheiße passiert. Die Eltern auch, wenn man wirklich Sorgen hat und wenn man fast, sagen wir mal, in Tränen ausbricht wegen irgendwas, aber da sind Eltern dann vielleicht manchmal nicht die richtigen Ansprechpartner, sondern lieber irgendwelche Kollegen, die man hat oder Freunde auf Skype oder so, das meine ich damit einfach, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Video haltet und von den Themen, die wir hier angesprochen haben, zumal ich möchte auch gerne mal einen Kommentar mindestens zu dem, also von den Langschauern sozusagen, möchte ich mindestens mal bekommen, bezüglich dessen, was ich jetzt gesagt habe, also das mit den Eltern. Kennt ihr das auch, dass eure Eltern direkt immer anscheinend wissen, was los ist, weil die euch kennen und euch dann gar nicht ausreden lassen und die Situation vorab immer sich so im Kopf vorstellen. Kennt ihr das auch und dass eure Eltern euch dann in so eine Situationsschublade reinstecken? Ich merke schon, meine Sprache wird langsam immer schlechter. Ich sollte mal versuchen, das mittlerweile wieder so ein bisschen einzukriegen, also ich danke euch fürs Zuschauen, ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich versuche mal morgen oder irgendwie, irgendwann mal wieder ein Video zu machen. Diese Woche müsste es ja eigentlich dann doch noch gehen, zwar im schlechten Zustand, aber ich mache es doch gerne. Und zumal ich mache jetzt auch nur Videos, man könnte jetzt sagen, ey, du bist krankgeschrieben, was machst du vor der Kamera? Ganz ehrlich, von hier aus kann ich zumindest jederzeit auf unser Klo rennen, wenn was ist und das könnte ich da nicht oder beziehungsweise würde ich mich dann da nicht wirklich wohlfühlen. Und das kann man wahrscheinlich auch verstehen, weil die Klos da wirklich absolut widerwärtig sind und ich weiß nicht, sowohl andere Leute dann irgendwie mit Magen, Darm anstecken, als auch sich selber noch sonst was holen auf den Klos, weil das muss ich nicht haben. Und da ist es mir dann doch lieber, diese Woche jetzt hier zu verbringen und zu genesen mit Medikation, sagen wir mal in gewisser Weise. Und ich glaube, ich brauche das auch, aber ich habe sowieso jetzt erstmal Hunger und möchte jetzt was essen und ich hoffe nicht, dass ich irgendeinem von euch heute den Appetit verdorben habe. Ich wollte einfach offen mit euch darüber reden, das war hoffentlich kein Fehler und wie immer, peace and out. Ich habe ja gesehen, ihr feiert Offenheit und da will ich auch weiter am Ball bleiben. Die nächsten zwei Male geht es um mehrere Sachen, wegen denen ich den Glauben an die Menschheit so ein bisschen verloren habe. Unter anderem den Kapitalismus, Leute hinterrücks angreifen, behinderte Menschen, sagen wir mal, nicht wirklich für wahre Münze nehmen und was war noch? Da war noch irgendeine andere Sache und Leuten ihre Träume ausreden, vielleicht um selber profilierter zu sein. Aber darum geht es im nächsten Video. Ich freue mich auf euch und peace and out.